Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit bekloppten Freunden, Azis, Geistern, Zombies, Apokalypse. Hallo Patti. Hi. Hallo Zerschmelzer. Hi. Hallo Döner. Surprise. Hallo Shindo. Surprise, motherfucker. Wir spielen Ezreal, Velcox, Weiger, Ringer, Nasus, Jax, Brand, Zivir, Yasuo und Leona. Und Leona, das Ende. War nicht die Solari auch in Toonpo? Ohne, Vuku, Cheah, Weiger. Ah naja, komm, komm, lass mir das. Ähm, so. Wir haben genug Sprachen angesprochen, oder? Guten Tag. Guten Abend, meine Freunde. Ja, grüß dich mit dem Land. Leider kann ich nicht Russisch sprechen, sag ich. Ähm, Prefett. Leider kann ich dich noch nicht mal ganz gut Englisch sprechen. So. Ich hab einen Kumpel auf dem TR4, der ist Pole. Der könnte vielleicht noch hoch, der könnte Pole nicht alle sagen. Der klaut doch alles nur. Oh, wir spielen von oben nach unten, das ist schlecht. Oh. Oh nein. Aber wir gewinnen trotzdem, heute mal aus und weise. Yes, we win. Spiel wieder super Taktik hier. Los, komm, still mal, ist real. Ist dein Old Genk schon ein Mega-Ball? Das wär geil, oder? Ja. Ist es aber leider nicht. Aber das wär richtig geil, wenn ich so ein Fußballer durchfliegen würde. Warum haben sie das eigentlich nicht gemacht? Ich muss das nochmal vorschlagen. Weil wir von Riot reden. Yes. Wir reden von EU West überall anders. Äh, überall irgendwo anders ist bestimmt ein Fußballer. Bloß bei EU West. So ein Riesenfußballer, der da herfliegt, ist ja so geil. Ich muss mal einen Riot weiter anschreiben. Ich kenn einen, der ist, dass ein Cousin arbeitet bei Riot. Was machen wir zu dritt im Gebüsch? Ich kenn jemanden, der bei Riot arbeitet. Ich kenn den Song. Ich kenn ihn auch. Six-Sacks. Aber ich kenn ihn nur über dich. Me, Steve. Yes, me, Steve. Warum folgen wir allmüftiger Dead-Rover? Hey. Da ist noch einer, guck mal. Ich bin gerade auf den Brand fokussiert, sorry. Der vercheckt Support und die sind alle auf den Reden. Was? Wie behindert sind wir eigentlich? Wir rennen hier zu dritt irgendwo rein. Wir sind zu viert hier. Was ist das Problem? Okay, warte, warte, warte. Wir müssen auf einen einigen, den wir fokussen lassen, dass er stirbt. Die kommen sowieso jetzt. Ich bin für den Linken. Äh, why have you, you, have you skillet your E? You stun? Nein, I have my Q. I have skillet my Q. Weil I skillet a Q with the skill. Ach, und für meine Leute, ne, ich spiele vollgekotzt Support, ne, falls es noch keiner bemerkt hat. Immer auf die Umgebung ab. Vollgekotzt Support-Spieler. Wellgekotzt. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit englisch reden. Ich bin Stürmer, ist real. Ich musste sofort stürmen, es tut mir leid. Es ging nicht anders. Jumps vor, hör, erstmal hin. Boah, komm, lass die fertig machen. Ah, ne, schade. Sie war schon wieder da. Ich hab doch so viel Schaden an ihr gemacht. Ups. Stack nicht gekriegt. Arsch. Ja, ich hab den Gwent... Blablabla. Ich möchte so ein bisschen Schaden auf Sievia machen, ist alles gut. Direkt meine zusätzlichen AP holen durch meine Q. Das Problem ist, ich hätte meinen W skillen sollen. Ich hätte meinen E skillen sollen. Wenn die vor uns Level 2 sind, haben wir ein Problem. Das weißt du, ja? Jep. Cool. Hey! Ey guck mal. Hier Wengar, ich hab ein W, guck mal. Danke. Bitte. Oh, die sind wir. Du weißt schon, dass du bei Weigern musst du die E auf Level 2 scannen, dass du welche gewählt wirst. Wie wir. Geil. Jetzt war es auch kein Leben mehr. Rente vor allem so, dass ich sie noch mal treffen, weißt du? Das ist immer geil. Du bist nur noch Oberpass. Hast du ein Watt für oben? Jep. Möchtest du Tribe? Also möchtest du hier? Nee, nee, schon River. Hi. Wird mir irgendeiner, würde mir irgendeiner den Gefallen tun und doch einen Watt kaufen? Hat gerade leider nur für einen gereicht. Auch. Schade, ich hab überhaupt keinen. One by one. Selbst wenn die uns jetzt stunnen, was willst du denn machen? Ach du bist da? Oh mein Gott. 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 Mann, das... Ich komm mit dir. Ah, Wawa, gut gemacht. Wawa, ja gut. Ich kann den, ich kann den Stürmer, es ist real. Der ist einfach nur geil. Der hat so einen Imba-Volley-Schuss. Aber so ein riesen Fußball wäre wirklich richtig geil. Ja, aber es ist auch geil, wenn du so diese Jump, wenn du reinspringst und dann noch so ein Fußball von dem Fuß weg springst oder sowas. Die auch so geil sind. Scheiße. Oh, das ist ja eine Kuh, einfach so ein kleiner Fußball. Deine Ulti sind ganz großer. Ah, schade. Niemann halt. Ich hab grad, ich spiel Ezwin und hab voll auf den, äh, Schuss gewartet da. Ich hab keine Ahnung. Okay, jetzt kann ich 1-2 machen. Äh, hau einen Out-Attack. Wacken. Das war ein Lasse-Wur. Die geht nicht weg. Ist die dumm? Mann. Hat das schon über meinen Durant gedanken, der geht auch nicht weg. Oh, der Flash raus, sehr gut. Äh, Sibir Flash, äh, neun. Die geht nicht weg, guck sie an. Ich, warte, ich zähl' jetzt mal, bis ich mein Ulti habe. Du musst ihn wirklich haben. Okay, ich soll's rein gehen. Nein! I burnt easy! 30 Leben in der Mitte. Wenga, los, hol ihn hier. Ja, aber kriegt er nicht. Du kriegst ihn, du kannst ihn am Tower-Difen. Ja, stimmt auch noch. Der hat zu viel Mana. Du weißt, was taue ich dir? Du kannst ihn am Tower-Difen. Nein, kann er nicht. Er hat noch Mana für EQ. Ja, er kann nicht am Tower-Difen, aber du ihn. Jetzt hat er keinen Mana mehr. Ein Gegner wurde getötet. Und jetzt bist du selber tot. Aber er wurde executed. Ja, super. Alter, das hat nicht nur funktioniert. Irgendwie ist der Buren tot. Schade, dass du nicht gekriegt hast. Als du reingehen soll, den einen reinhauen, wirst du dann gehen. Ja, ich hab doch das eh erreicht schon. Wie lange hält dein Wunnen im River noch? Äh, 30 Sekunden. Ich spore jetzt mal hier in die Mitte. Oh, sieh, wir sind weggegangen. Guck mal. Hey. Ja, 10-tötige AP. Das ist so scheiße. Ich mach das schon. Ja, ich bin so gut mit ihm. Guck mal nur. Das war schön. Wenn immer einer los von den beiden ist, dann können wir nicht viel machen. Boah, ich weiß auch, als ich einmal bei einer ganz alten Folge da hab ich, das war das erste Mal, da war ich total aufgeregt, ne? Ja, was denkst du, warum ich... Weil ich noch nie gespielt habe. Und dann hab ich Alice das Support gespielt, das war so schrecklich. Warum denkst du, bin ich grad so aufgeregt? Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier mit Du war als Spieler, wo ungefähr das 20 Mal, dass ich mit ihm rede. Was mit mir? Ich hab noch nie mit dir gespielt aus wie jetzt die vier Spiele. Ich hab kein Mal mehr. Und sonst hab ich immer mit dir eigentlich relativ ausgeredet. Ich geh back, weil dann hab ich denkst... Ähm, Wenger burnt. Ich komm mal noch. Ey, lass mir bitte den Kill. Wenger, lass mir bitte den Kill. Ich glaub einfach hier bist. Hau ihn mal ein paar Mal. Hau ihn noch einmal. Jetzt hau ihn doch einfach um meine Fliss. Oh, jetzt kriegst du dir komisch nie. Da ist es. Ganz ohne. Lass mich. Ich will durchflash. Fuck. Da ist der Jacques, der hat auch schon OEM. Ich hab den Typ leider nicht mit meiner Kuh gekillt. Ich werd' ich abgekommen. Nein, du hättest einfach killen so. Oh, ich hab' auch einen Heilsang. Ich hab' auch ein bisschen. Oh, ich hab' auch einen Heilsang. Komm. Oh, ich übe. Wir machen das nicht damage. Vorsicht, hier springt gleich einer. Was war das denn? What? What the fuck? Weil meine Mutter ruft mich gerade. Ich glaub nicht. Harnung. Achso, das ist unser Rang'r, okay. Ehm, Vel'khorst, wenn du Support spielst, würd ich jetzt meine Ulti auf irgendjemanden von beiden machen. und dann würde Wawa einfach beide killen. Ja, Wawa schafft das. Mach deine Ulti, mach deine Ulti! Boah, noch gerade hinterher. Das war der weiteste Auto-Attack überhaupt, oder? Hast du das gesehen? Ich hab mal Kale's Q über Trinweid geschossen. Ich wollte dem gerade eine Unterrichtstunde mit P geben. Ich hab ihn mit der Q bekommen. Das war knapp. Alex, nein. Ähm, Wenger, ich brauch mal so einen kleinen, so ein bisschen Hilfe beim Tower-Push schon in der Mitte. Das Game hier wird wieder ein Easy-Win. Ja, und Chefs kommt. Ah, letzte Runde war echt schon geil, wo wir nicht bemerkt haben, dass wir gewinnen. Hehehe. Also am Ende wussten wir schon, dass wir gewonnen haben. Ja. Aus so einer Mitte, wo, äh, auf dem Moment die beiden Access-Kautes gehört haben, haben wir es nicht bemerkt. Schau mal runter, ich muss mal, ich muss mal langsam auch mal weg. 2.000 Gold. Ich will wohl auf dem Weg. Soll ich mal runterkommen? Ich hab noch keine Boots. Ich hab noch gar nichts, hab mein Start-Item bis jetzt. Wie viel Gold hast du denn? 2,5. Ich hab bis jetzt einen Zauberstab und einen Dorans-Ring und hab. Gerade mal 35 Fahr mit meiner Q. Also hast du 1.000 Gold mehr als ich gehabt. Okay, kann's ja gehen jetzt. Na, ich geh mal weg. Mach keine Ahnung, dass die so roten ohne wie. Ja. Ich bin ja gut, wenn es kraft wird. Ich bin ja gut, wenn es kraft wird. Ich bin ja schon gut, Papa. Mann. Äh, Mitte. So ein bisschen defen, bitte Wenger. Scheiße. Wir haben so einen schönen Stun-Brand. Ich hasse es, den vollgekotz am Tower zu fahren. I'm looking for... Mit vollgekotz. Ja, ich hab mich da sowas von angewöhnt. Es hat mir irgendein Streamer gesagt und dann hab ich mir angefangen. Ja, klingt ja auch so, also. Ähm, Wenger. Kriegst du ihn? Nein. Ist das ein Ja? Nein. Ihr Knall ist draußen. Der hat sich als Jahr gelten lassen. Hi. Der Sumo, glaub ich mag mich nicht so. Böde mich nicht. Hey, let's win. Fuck. Überleben. Du gefällt eine Frau. Ich bin so dumm gepokt. Kennt ihr die ganz alte Sendung von SBTL mit diesen komischen Dinos, die immer mit dem Baby und so? Welge es lachen, kriegt sie sich von diesem Baby wieder. Ich find Baby lachen gruselig, wenn sie um 2 Uhr morgens sind. Was meine ich für eine Sendung? Die beide noch harschhaft weggekommen sind, oder? Die Siebe dachte ich, die wird hoffen. Hinter mir ist ein Jacks. Ähm, ich komm runter zu euch, ich komm zu euch, ich komm zu euch, bot 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 bot. Hast du Angst? Ja, da ist ein Jacks hinter mir. Hiiii. Ich hab's in Fahrzeug. Stun ihn, Stun ihn, Stun ihn, Stun ihn, Stun ihn. Hab ich schon gemacht, oben. Kitty. Hi. Ich hab ihn nicht gehalten. Gib deine Kamera raus. Nein. Egal, es stirbt. Hab' die schön gemacht. Hab dich schön gemacht. Er schmelzt halt so lange, ob es rum kam. Hiy. Ja zwei bisschen hier mit seinen High ey. Gib dir mal lieber einen Kekse hier. Äh Wenge...ach ne. Äh die guys sind übrigens da. Ich hätte gerade flashen sollen. Ehm, der Bu- Wenger, der Buent ist vermittelt, du kannst jetzt erst so schön... pushen. Ich fahr noch kurz ein bisschen Gold ab, ja. So, 20. Und dort. Wenger, warum hast du nicht gepusht? Ja, schau mal, die Minions. Ja, der Tower ist gerade aber total alleine gewesen. Der Buent kommt jetzt erst nicht. Stop, wirst. Mit der Farm. Ja. Hat er Damage ausgeteilt? Ja. Aber ich einfach drei Assists habe. Eins minus. Einfach, der Jungler kommt zu mir hoch. Und killt. Gell, Renger? Ich kenne gar nicht die Fähigkeiten, die du hast. Aber irgendwas schmeißt du irgendwie... Mr. Jungler, Mr. Jungler. Mr. Jungler, hier ist ein über Team Low Life of Rant. Ey, kann ich mal aufhören, so schnell zu gehen? Mr. Jungler, du willst ja Jakku sinken. Mr. Jungler, probier mal einfach das aufhören. Ich? Mr. Jungler, du kommst jetzt mal krank. Der Jax findet doch Dive nicht. Der ist ja auch noch erwischt. Er hat dich nicht gedivelt. Mr. Jungler, das ist so. Mr. Jungler, das ist so. Er macht noch 2, den. Eh, da kommt Jax, da kommt Jax, da kommt Jax. Mr. Jungler, dann killen wir auch noch, doch? Ja, das meine ich ja. in der Welt und weißt du wie die Strecke muss die die auf Main seit ein Wien ist er musste du musst und wieder machen dort wollte dann ein zweiter Kassel dann der dreier schön gut was ich mache einfach wie ich mache ihn wie immer ein Mann dann haben wir schon steckt ja aber der Kummer nicht viel der mit Städte wie macht am meisten der mit also ist es besser mehr noch nicht vor die Wettbewerbsers er hat er der Welt kommt wieder runter was sie ja nicht gesagt dass er erlösen erkenen Wann komm, hol ihn die, ich stun! Hol ihn die, ich stun! Oh, der Flash ist auch nicht... Top-Lad! Ewa grad eben so unnötig ist. Wenga, den kannst du in den Sinn umnutzen. Hast du deine Ulti? Ja, so! Der ist zu schnell da im Weg. Na, jetzt macht er seinen... Da kommt Jax. Der Jax-Crab, ehrlich gesagt, immer in der richtigen Zeit, oder? Dafür gibt's Wards. Wards kann im Eck selber über das Spiel kommen. Ich frage mich, was mit der Leona los ist, ich spiele so, als hätte sie irgendwie voll den hohen Pink. Vielleicht, ist das genau das? Der Jax wurde getötet. Das werden wir aber leider nicht erfahren. Schade. Ähm, hier ist ein Lower Brand, genau wie ich schlau bin. Dann geh zurück und lauf nicht so weit nach vorne, weil der haut dich in zu dumm. Ja, weil ich bin gut. Ja, deswegen hast du auch... wie viel? 2-4. Ja, aber kein Affift. Ja, du musst aber aufpassen, dass der Jax ist gleich bei uns. 4-back-in-Tower fallen lassen... Naja. Beim Brand-Feeden ist ziemlich scheiße. Ja. Ja, aber er feedet den Mutan-Erd-3-4. Ja, Chinzau musst du nicht beenden. Ich hab' den so aufgeschlagen. Du musst einfach mal nix. Du musst den Jungle einfach raushauen. Wawa, du schaffst das! Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Outdoor-Tech! Ja, ich musste erst mal nur finden, ey. Easy. Mal locker jetzt. Ein Outdoor-Tech! Ich hab' hier grad'n Lenin getötet. Alter, Wawa, du bist der Beste. Der wusste nicht, dass ich nur Ulti hatte. Ja, du kriegst meinen Laner. Und ich bin nur in der Mitte. Ja, das ist immer geil, dass mein Laner in der Hintergrund zu behindert ist. Dann nutzt die Zeit und Furcht. Ja. Na klar. Wir haben schon alle Minutes down gemacht. Damit wir nach Kriegen 41 erfahren. Top und Jungle. Ach, wir kommen jetzt schon wieder an Geholz darum. Ähm, der Mid-Tower ist down, wenn jetzt kein Jacks land kommt. Ich komm gleich zu dir. Top-Tower ist down. Der macht Tür auf Holz und geht wieder rein. Wir haben eine Mid-Tower. Ey, kannst du lassen, ich brauche. Ich muss decken. Ja, Alex, wenn du kurz zu ihm willst, dann kannst du, glaube ich, gehen. Wir können hier halt. Also ich glaube, wenn du jetzt kurz zwei Minuten oder so weg bist, verliegen wir nicht das Game, ne? Ja, ja, so. Ich bin nicht der da. Du musst nochmal weg. Ach, der Port nicht zurück. Mist, Kerl. Dann lauf. Wegen Lydreas. Dann sag mir, wenn irgendeiner du findest. Ja. Sag mir, wenn du irgend so einen Jacksy findest. Dann hau mir den mal kurz auf. Ich bin Jacksy, Jacksy. Ja. Der Blue-Wurf ist übrigens ab. Ich bin ein Mensch auf der Zeit-Attack auf. Ja, willkommen. Ich habe leider keine Ulti. Ja. Ein Gegner verhältn. Ich kann das auch fertig machen, jetzt bin ich wieder da. Okay. Jetzt muss ich den einkaufen mal eben schnell hier. Ähm, holst du die Rando ins Ohm gegen ihn oder? Gehst du voll Adel? Okay, warte, dann hole ich mir. Boah. Ja, komm. Ja, komm. Scheiße. Machst du da unten drauf? Oder nein. Ich muss da noch beheir. Nein, die. Hat überlebt. Ähm, Beldbox. Oh, scherz, hier geht ja nicht. Ich habe ihn fast. Jetzt kommt der Estreal und hau es um. Nein, da ist ein Jack. War, war, kann's halt. Da ist mal einer. Und macht dann E. durch. Da ist ein Friend. Gut. Nein, nein, nein. Hau dem Gant, hau dem Gant. Egal. Hau dem Gant. Wir können aber noch gewinnen. Ich warte mal auf 10 Gold. War ich zu gierig jetzt? Alter, ich bin nur gierig. War durch die 6-2, das ist schlimm, dass du 3er KD. Ja, gerade hatte ich eine 6-1. Ja, aber ich habe auch ein paar Swims leider, weil die ganze Zeit sind Blu-Enders. Nein, ein Double-Stun. Krieg ich den Blue-Buff, dann bin ich noch besser. Ohne den Gier. Okay, ich kann mal probieren. Die sind mir ja zu vollends, dann kann ich ihn nicht kriegen. Hab ihn ja nicht. War der Rengar. Der Weiger. Der Rengar, lalala. Der Rengar, lalala. Ach man, ist die wieder da. Ich danke. Ist für mich momentan für 6,5 AT plus gut. Ah, da wartet er und will zurückspringen, ich töte ihn dabei. Ich habe hier einen Brand bei mir. Was haben die denn da? Ja, ich glaube, ich habe mein SS. Werner bei dir ist. Kommt. Schnell. Holt ihn euch. Lauf. Hier rein, hier rein, ja. Rengar. Hilfe. Ich frag mich aber, warum man Brand nicht gleiten kann. Hilfe, Hilfe. Hey, frag dich auch manchmal, warum kann man Brand entzünden? Warum kann man ein Feuerwuchen entzünden? Ja, warum kann man ein Feuer... Vulkanischer Vulkan. Warum konnte man Tilbers entzünden? Gell, Alex. Vulkanischer Vulkan. Hol euch den Brake. Den Jax bringst du nicht um. Der bringt dich um. Äh, der Jax ist Autofana. Eben, es ist... Ja, und Autotext. Ja, und Autotext. Ja, die bringt nix. Doch. Ja, das ist ein Jax. Ja, die Autotext bringen das auch. Guck mal, da will ich doch mein Weg. Da will ich doch mein Weg. Mach hit de fee, jetzt ein bisschen Leistil. Hexte. Guck mal die Item von dem Typ machen. Das ist ein Jax. Autotext. Schaffst du unten? Ich geh mal kurz hoch. Ja, warte Gott, ich komm auch gleich. Der... Ja, so ist wirklich scheiße schlecht. Äh, der Jax will dir folgen. Echt? Cool. Cool. Hier drüben. Cool. Können wir den beide umnutzen. Ja, Micha hatte keine Chance. Sie hat nur mich erwischt, wo ich Lowlife war. Ja, okay. Hilfst du unten? Ausgleich? Da hast du schon abgehauen hier, die Feige-Sauere hier. Jetzt wird's aber Zeit. Oh, der macht den Blue. Er macht den Blue! Hast du's euch kaum? Ach du Scheiße. Ah, ja. Schön, da war ein Trend. Wie lange bis dann? Warum ist der denn schon Level 14? Was ist denn? Keine Ahnung. Nice. Nice Escape. Aber wo ist er nicht weg? Das ist ein Rengar, wie wir ihn kennen. Mach doch Becker! Nicht Backer! Nicht Backer! Ja, Jack, so viele Kills hat der denn schon? Ach, 11! Oh, gut. So, ich hätte den Teuf mal vorwissen. Der dauert alles ins Entrum. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil ich noch so sehr gefehlt habe. Du entstunt ihn, er stunt mich, nochmal und dann Boom. Auf geht's! Hi! Wir haben den Mithauer verloren. Oh. Wieso hat der sich so hochgegelt? Oh, ich hasse diesen Scheiß, Jackson. Na, wo willst du hin? Wo willst du hin jetzt? Slow den Jax, du musst den Jax holen. Dein Vail. Mr. Vailcoast. Nein, schau den nach oben. Hallo, Mr. Vailcoast. Nein! Mr. Vailcoast. Stun ihn, stun ihn, Weiger. Wollen wir kurz den Lane-Tausch machen? Ich weiß nicht. Ich soll den Vailcoast arbeiten. Ja. Was soll denn? Die Backer. Wir können Draken eigentlich machen. Keiner hat den bisher angerührt. Alex, wisst du? Du brauchst gar nicht AP. Also, wie lange. Okay. Bring doch jemanden mit, wenn du willst. Ich hab nicht irgendeine Freunde. Ich hab nicht irgendeine Freunde. Wir setzen dich auch ein Wort. Ich wollte eigentlich ein Stück rausziehen, ne? Gut, dann machen wir weiter. Mr. Vailcoast. Ihr kommt zu euch. Ah, Quatsch. Warum keiner? Ich seh keinen. Siehst du gegen jemanden? Ne, ne? Ne. Ich hab... Ja, Leona. Ich seh einen Jax Top-Lane. Dann gehen wir in die Mitte. Aufräumen. Ähm, lassen wir jetzt all mitmachen. So kurz fett, dass wir den zweiten Tower bekommen. Jax kommt Mitte. Jax kommt Mitte, Rengar. Sollen wir ihn umhauen? Ich hab Ignite, dann ist der Tod. Also, ich würd mal sagen... Ähm, Rengar hat seine Ulti. Welt hat seine Ulti. Ich hab meine Ulti und er ist mir gleich der Ulti. Ich hab nicht in die Mitte. Ich hab nicht in die Mitte. Ich hab nur alle 5 auftaufen. Das muss so aussehen, aber jetzt rennst du da hinten und dann bin wir mal 5 Leute angesprungen. Element of Surprise. Element of Surprise. What a me so bad. Hehehe. Du... Priiii... Scheiße Schrecken. Drücken. Mal rangehen. Nochmal, Neko. Hm. Hm. Ach, übrigens. Strape. Ähm. Brauchen wir Leona um. Oder? Oh ja, warum nicht? Warum nicht? Oh, ne Siebe hier, guck mal. So. Oh, ist das so süß. Ja, kann doch noch den Garten bringen. Und noch den Brand gibt's auch noch. Komm, dein... Nein, gib... Oh, sorry. Ich hab versucht, wo alles hin zu rennen. Fand nicht ganz geklappt. Komm, Velcro. Schau so. Velcro ist schwer. Der hier rührt ein bisschen... Ihr Feeder! Oh, der war fast tot, der Kerl. Ja. Oh, meine Füße klacken. Ich dachte... Der Jos... Ja, ja, ja. So hätte eben Ulti im Fight gemacht. Ja. Dann bin ich dem so hinterhergechissed. Ja. Mal gucken, ob wir gleich wieder gewinnen. Einfach ohne, dass wir's merken. Ja, ich glaub nicht. Ja, weil... Weil hier einfach die Nase und die Verku einfach sind alle Tower mit einem geschlagen worden. Ey, Wava, wann hast du denn Ulti? Hab ich schon. Ne, hab ich nicht. 28 Sekunden, verdammt. Ich dachte, ich hätte sie schon wieder. Ja, aber wenn du jetzt gesprochen hast, hast du einfach ne Ulti. Ja, ja. Hier die ganze Mitte runter machen können. Dann wären dann alle da. Der Renga geht zu deinem Blue. Der Renga, der Jax geht zu deinem Blue. Der ist jetzt schon weg. Der ist jetzt schon weg, wenn er den macht überhaupt. Wenn er ihn macht, ist er am Arsch. Dann mach ich. Okay, er kriegt ihn Stun. Q, W, Ulti, bam. Und ich kill ihn. Oh, ne, klar. War ein Auto-Attack. Ne, ist doch gut, dass Weiger ihn kriegt, oder? Ja, aber es war ein Auto-Attack. Ja, du hast den jetzt in Blue. Das ist perfekt. Achso, ja. Hat die auch gewohnt, wenn du es nicht. Ich hab bloß gerade an meinen Farm mit meiner Q gedacht, deswegen. Und dann ist Output, ja. Nein, ich hab ihn ja leider nicht bekommen mit dem Farm meiner Q. So. Achso. Er geht weg am besten. Okay, der wisst. Der wisst. Der wisst echt nicht. Wie viel Farm hat eigentlich unseren Nasus, Leute? Oh, der wird im Blut rauschen. Äh, er antwortet nicht, also sag ich mach für ihn 234. Hi, Nasus, 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 Nasus. Oh mein Gott. Nasus. Wow, wow, da hast du deine Ulti. Alle Ultis auf mich. Ach, da kam sie. Der Verbündete wurde getwütet. Ah, du hast Trong oder so hart. Ja, ich hab drei Ultis abgekriegt. Er renkt an einen Red. Ach, Leute, 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 Leute. Er ist noch da. Ne, warte, ich hab's überdenkt, glaub ich. Nein. Sehr gut, Alex. Gut, ne? Nirvana hat jetzt einen Red. Der Jump war sehr gut. Das war genau ein richtiges Moment, aber er ist kurz noch hinter mir. Das ist ein Problem. Und er tötet dich. Er springt sich jetzt an. Warum hast du Barrier gemacht? Weiß ich auch nicht. Oh, war ich komm. War ich komm. Äh, nein, ich komm noch nicht, 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 ich komm noch nicht. Oh, ich geh nach unten. Oh, da kommt Sivir. Ach du Scheiße. Rennen. Ja. Ähm, Biker, hast du Todesfeuer? Nein, noch nicht. Wo ist der? Einfach mal hoffen, dass wir nicht wissen, dass ich hier bin. Checkst es für dich. Checkst es für dich Mittagessen. Du meinst Fluch, das Licht, oder? Oh, das Feuer, das Licht. Der Stab des Todesfeuers, so. Nicht vom Jax kriegen lassen. Komm, renn, 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 ich komm noch. Das war doch voll geil. Grief dich zugekommen. Den wär sonst weggekommen, ich konnte nichts machen. Aber der Tower-Head hat den noch bekommen. Also ich hab den natürlich bekommen. Ah, Spurge hab ich. Wormox und... War was, spielst du da noch ne Runde? Glaub nicht. Gut und spiel ich Banished. Ja, Banished ist ne gute Mal. Komm den Brand, machen wir fertig. Q-Farm. Good Job. Langweilig. Dann Yusuf-Farm. Hi. Du hättest für mich nur noch ein Farm. Yusuf macht n bisschen Schaden. Yusuf. Es ist ja so und nicht Yusuf. Yusuf ist besser. Tja, ja so, aber mein Ulti-Damage geht. Darf ich den Farm haben mit meiner Q? Ich für den Killen. Das war sehr bad. Entschuldigung. Danke, du hast jetzt auch damit noch das Leben gerettet. Ja, ich weiß. Geh weg. Geh weg. Lass mich bitte farm. Lass mich bitte farm. Ich muss meine Q stacken. Nein, gut. Ich hab den Red... Ich hab den... Und den Blue-Buff momentan. Geh weg, Weiger. Ich wollte nur ein Farm mit meiner Q. Hab ich dann auch bekommen. Wir machen jetzt Red-Q-Farm. Ja, ich brauch schön viel Farm mit meiner Q. Ich hab irgendwie gerade Angst, weil alle fehlen. Seit wann ist... Seit wann kostet denn jetzt... Äh... Der rote Sidestone auch noch 400? Wawa willst... Wawa willst mich jetzt schnell töten, dann hast du ein... Äh... Hast du ein Blue und ein Red. Ja, komm her. Das hättest du gerade am liebsten einfach... Das hättest du wirklich am liebsten... Du kannst einfach Leute oberhauen. Das wär geil, ne? Oder einfach so ein Trade-Bodus. Einfach so... Einfach dann nehmen. Ich liebe sie hier. Oh, Timothy! Hi! Hätte uns... Nee, ohne jetzt gestunnt. Nämlich hoch gewesen. Stell dich mal vor, ein Hardcore-Modus für LoL. Mit Friendly Fire? Ja. Ähm, kann mal einer Top-Lane kommen? Du wirst gleich besucht, der Top-Lane. Dann wären die Teamfighter extrem schwer. Ja, vor allem mit Massen-Ultis oder so. Mit meiner und der... Ach, mit allen... Äh, Kat TRA, Kath Marina Velko sagt no Tor! Ach so, der isser schon Tor! Ja,üzel. Esbrechelt! Leona und sowas, alles, Alter. Pass auf, der Brand macht jetzt Ulti. Vorsicht, Jack sind da euch, ne? Ja, kommt auf. Egal, du verpissst dich. Ulti! Ulti, du musst Ulti machen, sonst bist du tot. Hatte ihn. Boah, weißt du eigentlich, wie man erkennt, ob jemand ne Ulti hat oder nicht? Ja, an den grünen Punkt. Gut. Auf welchen grünen Punkt? Links an der Seite sind die Champions aus dem Team. Und ist der grüne Punkt da? Haben sie die Ulti? Ist es braun oder exakt dunkel? Dann haben sie sie nicht. Top, 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 top. Ja, sagst du heute. Top, top, top. Hier drüben! Ja, ich bin schon top. Naja, wenn der Welkurs die Mitte macht... Ah, naja, scheiße. Der wird ja nicht so krumm werden. Ja, renn mal lieber. One by one. Ähm... So, ich geh hol mir top fahren. Ich hab ne Frage. Ich soll jetzt umgeklatscht... Äh, ich... Halt mal, äh... Ey, Rader, das ist mir das Beste. Ich könnte dich slowen. Ja, das wär doch ne Idee. Du kommst nicht davon. Ich stun nur auf erst ne Runde. Lass mir mal in den Stacks. Ähm, der mir dafür, ähm... Hier, Welker gerade im Griff des Todesfalls empfohlen hat. Hast du einen gekriegt? Warten wir dafür zu bringen. Mitte, Mitte, und tschüss. Haut auf den Scheiße. Mach ich doch. Ich bin voll lave da rausgekommen. Ach, da ist er. Irgendwo hab ich doch gebraucht, weil der war Irgos. Ich halbe noch ein bisschen Abstande gerade. Das war ja ne... Der war ja pünktlich, ne? Phänomenal. Du kriegst jetzt auch kein Creep. Ich mach das schon. Ah, Mist. Ja. Oh, Red Buff. Oh, Red Buff. Der ist irgendwo in der Nähe. Red Buff. Red Buff ist da. Ich hab ein Double Buff. Wir können eigentlich pushen, schnell. Ich push auch. Er kommt bei ne Mittel. Der war hier unten jetzt extrem low out. Die Sieve ist da. Heißt, was ich hab Angst. Hab ich grad eben der Vivi gesagt. Ja. Ja. Jax ist jetzt da. Ja, Leon und Jasoh. Ja, Vivi verteidigt hier. Ja. Wir haben ein T-Gott. Mein Gott, haben die Heimwachen oder so? Ja, mein Gott, haben die Heimwachen oder so. Das ist schon mal hier, oder? Ähm, ne, 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 ne. Ah, jetzt hab ich endlich schon relativ groß fertig. Hi. Danke, dass du mir da so schön rausgeholfen hast, Vel'kos. Ich hab' Flash. Ja. Das bringt trotzdem nix. Hallo, brava. Hallo, hallo. Venga, hast du was? Stunnen, stunnen, du musst stunnen. Warum stunnen? Du musst halt den Kreis in die Leute reinsetzen. Instunnen. Nicht einfach, dass sie da drinnen hocken und einfach nicht gestunnt werden. Du musst, dass sie sofort gestunnt werden. Ja, das wär jetzt zu gewesen, ist aber leider nicht passiert. Na gut, dann kommt der Felter halt in den Lauf. Ah, die kriegst auch noch, die kommen nicht weg. Lass mir jetzt noch den Zauberstuhl holen. Mach'n Uti an. Ah, zu spüren. Egal. Oh, komm noch eher. Warum ist er, du bist tot, du bist tot. Okay. Vel'kos. Jetzt wird, dass Vel'kos so schnell gestorben ist, er ist wieder da. Mach' deine Kuh und Splitte, sie schiebt. Du kannst deine Kuh früher Splitte, falls du schweißen. Dude, ich kann den. Also, es ist ein Reich. Ich glaub' immer, dass er der Beste ist. Bin ich auch. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ja, deswegen. Ja, deswegen. Hätte ich's wie vorhin dann auch die ganze Zeit an, ich weiß. Ja, wie hast du denn schon? Ja, vorne. Ja, Griff. Ist hoß, weil er hasse, jetzt holst du nach Rabadance. Du musst nur standen, hier ist alles gut, wenn du standst, ist alles gut. Stundenglas brauchst du nicht als Weiger. Ich weiß, weil ich einfach nicht auf Tanki gier. Ach, der, warum? Nein, Stundenglas sehen wir nicht wie bei Tanki, sondern weil es einfach nichts bringt, bei Weiger, weil wenn du Stundenglas aktivierst, dann bist du in den Tod einfach noch. Weil das zum Beispiel bei Fiddle geht es, bei Morgana geht es, weil du einfach ne Ulti hast, wo du dann so Flächen machst. So, und jetzt kommst du Yasuo, du kommst es her, denn ich will meinen Double-Buff wieder. Die hat ran die Jungs. Haben wir auch, wie sieht ihr das? Macht die das nicht, das find ich richtig. Sollten wir dieser Ulti nicht so nah zusammen stehen bleiben, glaub ich. Unlösen. Ich bin so behindert. Mein Double-Buff. Mein Double-Buff. Das war nicht, glaube ich. Nein! Sechs ist so fein. Alter, wo ist das? Hinter mir, hinter mir, hinter mir, Junge, hinter mir. War超-Warpf ich irgendwie Schwe crumpt. Lass, wir müssen dann so viel Damage bauen, weil ich es kann. Weil er einame Realm halten will, aber wahrscheinlich. Wo ist der? Da, ISA Also, ich hoff. Öl, ich höre nicht Busch. Push it! Push it! Push it! Hier, gibts so einen R ul-Buff. Warte mal. Push it Nein, Robert, die Leona ist erst zehn Sekunden wieder da, ihr könnt mich schon L too pushen. Auf die L傷atir sind als knapp. Oder wenn Leona da ist. Langweilig. Push it! Push it! Ich brauch nen Blue-Buff. Gibt es thấy gar nicht Blue? Hallo, Blue? Auf der anderen Seite! Lass dich mal, lass dich mal töten, ich töte an den, der dich tötet. Auf der anderen Seite. Na, so schnell hast du Schlangen nicht mehr zugeflangen, oder? Ha? Er hat dir seine, er hat dir seine Wege gegeben, dass du schnell, dass du bessere Attacks getarzt. Äh, nicht mehr. Ja, gerade eben hattest du dir, aber... Nein, ich bin nicht. Ich bin Asus. Achso. Ich soll dir noch ein bisschen so... Mama, ich geh doch mal als Will of the Supporter. Das gibt's doch nicht! Wohin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier, 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 ich komme. Ich hab keinen Mana, ich wollte jetzt hier rüberjumpen, hab aber keinen Mana. Ich komm schon. Wie viele Mana brauche ich für einen Jump? Äh, 90, hab ich. Bin da, ich kann stun. Wo sind die denn alle? Da! Alexi ist ein Lüster. Hopp, du such! Alter! Der Judo will mich verarschen. Willst du mich verarschen? Du stiehlst ja erst mal, während ich ne Q, V, I, R und S draufmache. Ich hab'n Blue Wars, ich hab'n Blue Wars. Ich hab'n Q. Jetzt hab' ich mir den extra so schön erfightet, weißt du, und dann... Äh, Liegenstab... Soll, soll ich... Nee, nee, ich weiß, ey. Ich bin so, einfach so geil, die wollen mich nicht. Ich mach'ne Blue Wars, ja. Oh, aber was würdest du sagen? Fluch des Lichts oder eher, äh, Le... Leerenstab? Wer bist du denn? Weger. Leerenstab. Leerenstab. Na klar. Unseren Blue kannst du nicht retten. Ist schon weg. Noch mehr Leben, wir können mehr Leben. Was machst du da? Du wirst dich töten, mal eben so instant. Spring, 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 jump, 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 jump. Auf die Leute jumpen. Was machst du denn? Alter. Ich hab' ja jump gerufen, aber du sollst dich auf die Leute jumpen. Sonst noch oben auf die Minions jumpen. Ähm, welkens musst du dir das sehen? Ja. Mann, ey, du bist vor lauflich. Mann, ich will mir jetzt eigentlich noch... Soll ich mir Trinity holen? Kannst du machen? Muss damals. Okay, wenn Radar sagt, ich muss es nicht damals. Den sollte man niemals ansprechen. Ich komme. Ich komme mal Trinity. Hallo. Ja, Ezra ohne Trinity ist nutzlos. Jawohl. Oh. Geht auch ohne, aber. Warte, warte. Warte, dann erst noch ne Runde und dann legst du drauf. Meine Uni wurde schockiert. Boah, ich steh' ja wie andauernd. Aber er ist gegangen. Er ist nach vorne. Ne, ne, er ist nicht nach vorne. Wir müssen dahinten gegangen. Die Art. Oder da. Da push ich halt das Board weiter. Und der Rat, dass er einen Farm nicht will. Die sind dreckig weiter. Auch sind die glaube ich nicht. Aber können die... Die können Barron mal. Oh, ich hatte gerade einen schönen Leck. Da war einfach... Ich hatte komplett den ganzen wegswingen. Nein, ich glaube die sind immer Barron. Die können machen, aber Ratsam, wir haben sie. Okay. Haben sie Barron? Ja. Hau musst du um. Das Beste ist, ich hab's gesagt. Keiner will. Oh shit. Ich dachte wenigstens, dass nur einer hier wäre. Aber nein. Ich hab's so eh. Ah, aber fast cool. Warum bin ich denn da aufgetaucht? Ich neb. Laufst du mir. Laufst du mir. Laufst du mir. Laufst du mir. Ich hab wenigstens den Brand noch geholt. Alles ist gut. Ich hab wenigstens noch die Leute gestunt. Warum leckt das denn hier gerade bei mir so? Verschreck dich. Das haben wir auch gerade einmal. EU West. Wie viel FPS hast du hier gerade? Äh, 41. Ja, jetzt geht's wieder. Ich bin so ein bisschen die Ona, die hört sich viel aus. Was machen wir denn dann? Ja, anstatt ein Nase-Shirt, wo alles hängt. Äh, die Leon hat's. Sehr. Blau. Na, was pings sonst dann? Ich denke mal hier. Laufst du fast alle tot. Ich guck mal, wie viel FPS ich hab. Wenn die Ona ist. Wenn ich meine Grafik auf erhöhte Leistung gestellt habe. Okay, da checkst du mir das finishen. Ne, ne. Also unsere Tower auf jeden Fall. Die Kotze ist da und ich bin auch gleich da. Die Kotze ist da. Ja, wo soll der denn jetzt finishen? Ja, der hat voll... Ne. Scheißegal, was will der denn finishen? Der kriegt nicht halt einen Tower. Ey, macht euch mal die Grafik auf sehr niedrig. Ne. Keinen Tower. Ihr werdet euch an Season 1 erinnern. Ja, schade. Stopp. Lass dich nicht catchen. Ich komme. Ja. Ja. Die Grafik ist gerade da. Ja. Ich komme, Leute. Kommen wir so. Nasus ist running on the way. Wuuu. Komm, ich habe meine Kur aufgeladen. Komm her, komm her. Jetzt komm, isser. Ich will noch fahren mit meiner Q, danke. Das Nia so macht dann alles. Oh. Oh. Der scheiß Jagdinstinkt, ne? Der erste Mal dann. Hauptsache du hast doch noch gekillt. Joa. Der erste Mal dann. Aber der letzte Mal dann noch zu zweit. Was ist denn los jetzt? Wir lassen uns ganze Zeit zblicken, das ist das Problem. Jetzt komm, hau mal den Brandt um. Ähm, Nasus, ich würde mal sagen, du könnt einfach so hoch und so ein Team hoch sein, da würde ich es merken. Oder du gehst einfach in den Teamfight rein und schaust, ob das ist doch tot. Oder so. Du kriegst selber einfach tot. So ist eigentlich keiner bei uns. Warum überlebt der Welk- warum überlebt der Welkos eigentlich immer? Wie heißt denn dieses scheiß Ding, was auf mehrere Sachen schießt dann? Ähm, Rudolf Hurricane. Was, Hurricane? Ja, Hurricane ist das, wo deine Sam verdoppeln. Ja, ja, genau. Verdreifach. 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 Nee, verdoppeln nur. Nein, ein normaler und zwei kleine. Jo, hast du eigentlich diese Ulti? Ähm, Bulldown sind 68 Sekunden. Äh. Und wenn ich Bullupy spielen würde, dann hätte ich über 1300 Damage. Standard Gimmich macht die jetzt schon auf dieser Stufe 1100. Äh, 900. Nein, die macht keinen 1400. Nein, 100. Standard. Warte doch, warte. Ich mach, ich mach 1031 Damage, Mann. Ich will mehr AP haben. Rabadons for the win. Jetzt komm, wir rennen einfach durch. Ne, ich geh top-line-farm holen. Äh, Veli. Veli. Ich geh top-line-farm holen. Veli, komm her. Veli. Veli. Veli holst du nicht dieses Kettner-Alte. Veli Kacken? ,… Was machst du denn da? Kann ich da helfen was soll ich denn machen? Ähm hallo sagen und einmal alle töten Achso erكن sie sagt gar nicht an die waren höchstens zu dritt da Was heißt du dich denn da auch catchen ey? Es ist halt bei dir Zerteilt weiter. Du solltest dir Sorgen machen Desterteilt ihr sonst normalerweise nicht Loos Warum verkackt wie gerade so ab? Weil wir ganz oft gesplittet sind Da kommen... Mrengar... Base... Der Jack Wie sexy Ich würde auch fassen vor der Siege Der Jack hat so eine Siege noch Doch, er kann back in Haben wir wieder ein Problem Einer muss jetzt pushen Renn vor, renn vor, renn vor Wenger renn vor Jacks Jacks ist da, Alex Watt, darf ich schon Farmen mit meiner Q haben? Oh man Good Job Wer hat mit denen überhaupt gesehen? Keine Ahnung Wenger ulti Hauptsache, wir haben ihn gesehen, mir egal warum Nice Äh, Brand, geht auf the top Wir können die Mitte schön machen Ich schütte ihn 20 Sekunden dann für Lona Lelona Ich bin schlecht Wir brauchen nicht die Doppel Ich gebott dürfen Ja Mach nur einen 예�bit von unseren Spotbacks Wieso, es wäre schwer lebten jetzt schon ähm, Brandt, Leona und jetzt Yasuo Oh nein! Na egal, dann gehen wir weg Hab ich doch gesagt! Ey, Ali, Ali, jetzt bitte egal wo sie in Backham, ihr müsst jetzt alle die Base treffen Ist Dragan noch da? Nein, okay Drax ist erst in 6 Sekunden zurück, also Wenga Und Narthus, weg gehen Wir haben noch genug Zeit Wir haben Super Minions, wir haben Super Minions und naja Wir haben unseren Red gewardet, der Brand kommt zu dir hin Ja, ich benötige definitiv weitere Formen Wie machen Barron? Titano, ah man Der ist gerade respawnt, aber der ist, würde ich jetzt schon sagen, weg bei deren Damage Man, what, 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 what Wir haben schon, wir haben schon, wir haben schon Wir haben schon Aber er ist nur oben Ach, aktualisierend so Wie wird man den Barron machen? Ach, da war Ford Schmort drin und sie muss mit 20 Minuten Ach, ich benutze OBS Das ist auch Wie viel Gigabyte hat es dann immer so eine Aufnahme? Äh, auf 30 Minuten wird es euch meistens wieder bei Einen Wo ich noch mal probiert habe, und mit Fürhabs aufgenommen hat Da hat man mit sich noch vielmals weggegangen, mit Fürhabs aufnehmen Mit Wegen des Existen Ältesten und noch irgendein Jaxx, Jaxx, Jaxx kill, geht bitte Jaxx, ich guck weiter, ich guck weiter So, was wollt ihr jetzt, was ich nehme? Ich habe jetzt einen, äh, Lebensstab noch Also Last Icon Skip Sets Ja, Maske, Entschuldigung Oder flugt das Licht Lasst euch nur nicht killen da mit dem Jawohl Wer lebt denn sonst noch? Sieh wir, ne? Ach, Sieh wir kill dich instant, kein Problem Was, was kann ich? Ein Es geht weg, geht weg Dominiert 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 tweeting Dominiert 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 Und tschüss. Ciao.